der braucht 3,75 pro minuten da gucken wir doch schnell mal nach ob ich die überhaupt mache, 3,75 pro minuten wenn ich 5 pro minuten mache, dann hauen wir das ding noch eins höher na Strecke ja, gut ja, nein das da dann steht 5 pro minuten, das sehen wir aber gleich erst, das müsste aber passen da komm genau 5, passt 2 pro minuten, genau, verdoppelt jetzt lass uns da mal abhauen zu unserem ding und gucke ich mal ganz schnell, was brauche ich nochmal schnell für Drohnen diese Einheiten, genau die wollte ich ja jetzt noch bauen und der Drohnen-Hub der braucht eine ganze Menge davon also die Dinger, oh scheiße die muss ich produzieren warte, was Highspeed-Anschluss, das ist ja auch wieder so ein Scheiß wo brauche ich Supercomputer gar nicht, ne ich glaube, ich entwickle jetzt erstmal die Sache mit den Drohnen, einmal dann brauche ich noch Batterien, was ist mit Batterien, äh, ich bin völlig, völlig was was Hilfe ich so Leute ich mach's jetzt nein, das wollte ich nicht selbst das geht nicht ich ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also sind das schon wieder der KI-Begrenzer. Ich bin gerade so ein ganz kleines bisschen überfordert. Ganz ehrlich. Ich baue jetzt hier einen Container hin. Wo sind die denn jetzt? Da. Ich will einen Landeplatz und eine Drohne. Damit ich diese elektromagnetischen Dinger da automatisch produzieren kann. Dann wird alles verdrohend. Und dann schaue ich einfach mal was wir machen. So, die beiden. Ja, komm. Zack. Und sortieren. Und mach sie dann zusammen automatisch. Ich find sie ja wieder nicht, ne? Zehn. Ja, noch zwei. Komm. Puh. Man müsste im Prinzip alles neu machen. Aber das wird so lang. Na, wo seid ihr denn? Da seid ihr. Ach so, die Batterien war ja noch das Problem. Ich mein, ich hab ein paar. Aber, boah. Ich muss mir noch mal was angucken. Bis jetzt ist das hier in keinster Weise befriedigend. Ja gut. Das Ding produziert absolut genug. Hier klappt ja auch alles. Oh ja, ich guck mir jetzt erst mal an, was meine Computer machen. Ich mein, ich hab für den Moment, hab ich ja genug. So. Wieso nur, äh, 16? Aha. Ich brauch doch 16. Ach, das sind immer zwei. Das ist gut. Oh, und es hängt tatsächlich an den anderen Dingern. Wir bauen die jetzt mal. Ich müsste auch noch irgendwie ein Lager bauen. Ja. Ja, genau. So. Das lass mal gucken. Ja, ist ja gut. Was können wir denn noch machen? Coolkörper können wir hier machen. Können wir denn Alu-Zeugs machen? Wieso können wir den machen? Nein, 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 nein. Äh. Aha. Und den anderen nicht. Was brauchen wir für das andere Ding? Äh. Äh. Ach, ja, stimmt. Das war das. So. Batterien machen wir wie? Batterien muss ich noch mal gucken. Bad. Die Mixer. Ja. Was haben wir da? Schwefelsäure. Wasser und Schwefel. Was ist... Moment, was? Was? Was ist das denn? Verpackte Schwefelsäure. Achso, ja, gut. Okay. Ach, Schwefelsäure kommt normalerweise... Mhm. So, wir brauchen Schwefelsäure. Aluminium-Dioxid-Lösung. Also, Wasser brauchen wir in rauen Mengen. Und die Dinger. Mhm. So. Also, fahren wir jetzt erst mal... ...noch mal runter. Ich muss das irgendwie anders planen. Alter Schwede. Ach, warte mal. Wo war denn das alles neu? Äh... Z. Wasser, not... Wasser, not... Signalisator. Ja, was hier? Kalk rein. Viel Quarz. Kupfer. Und das da? Jetzt mach das da mal weg. Quarz in Höhle. Bauxit neu anfangen. Das bringt ja nix. Da ist Schwefel. Und da ist Bauxit. Ey, warte. Ah, toll. Vor allen Dingen müssen wir noch irgendwas mit Gummi machen. Warte. Funk. Ja, der Turbomotor braucht Gummi. Und Fuscher und die Dinger. Und die werden auch im Mixer gemacht, ja. Was braucht der? Stickstoff. Wasser. Gummi. Kühlkörper. Leute, ich krieg das überhaupt nicht hin. Und... Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der... Okay. Machen wir mal was. Was gibt jetzt nicht ganz Wichtiges? Einfach nur, weil ich nicht mehr weiter weiß. Das ist... Was ist... Was ist... Was ist... Hm? So, dann die 8. Habe ich das jetzt echt? So, okay. Okay, komm. Jetzt sind wir ehrlich. Machen wir es richtig. Okay. Okay. So, bin ich mal gespannt. Das sollte ja relativ schnell dann gehen. Äh, 1, 2, 3, 4 und dann nochmal 1, 2, 3. Das dauert jetzt ein bisschen. Kommst du her? Ja, ich will da rein. Nein. So. Ich wollte zwar noch was anderes gucken, aber das müssen wir jetzt erstmal hier machen. Vor allen Dingen müssen wir die eine Zugstrecke noch komplett ummodeln. Die. Ich will. Das ist gut. So. 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 So.